Achtung an alle! Der Speisesaal bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wir möchten daran erinnern, dass die private Nutzung von Dienstfahrzeugen untersagt ist. Jeder, der dieser Anweisung zuwiderhandelt, hat mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen. Achtung, Achtung! Die Schießübung wurde auf 0800 verschoben. Ich wiederhole, die Schießübung wurde verschoben. Den hat's erwischt! Achtung, Achtung an alle! Das Auffüllen der Vorräte wurde abgeschlossen. Das Auffüllen der Vorräte wurde angeschlossen. Missed! Aber... Du kannst jetzt nur eins tun. Stillhalten. Ich sehe einen Zahnarztbesuch. Oh, das klingt vernünftiger. Ja, Sir. Ich werde um 1600 verlegt. Ausrüstung? Sir, klauen verstaut, Sir. Gut. Lass Sie mir keine Scheiße bauen. Es geht um alles oder nichts. Verstanden, Sir. Sie können sich auf mich verlassen. So ist's recht. Wegtreten! Mir ist vielleicht langweilig. Tricks früh genug Action. Dachte, die schicken uns zur Abwechslung mal an einen netten Ort. Was sollen wir da, wo es nett ist? Auch wieder wahr. Ist Teil des Jobs. Wir halten's Maul und machen unsere Arbeit. Na ja. Motzen werde ich trotzdem. Tust du doch immer. Oh, Mist! Tust du doch! Sagt kurz. UNTERTITELUNG 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 WHA? Oh man, ich glaub das einfach nicht! Das glaub ich nicht! Ihr rennt einer auf unserem Flugplatz rum. Machen wir dem ein Ende, bevor Robertson es merkt. Ich habe ihn verloren. Wo ist er? Sei nicht feige! Komm endlich raus! Seid bloß vorsichtig! Alles okay. Enddeck um! Da! Mach raus! Du bist hier nicht der einzige Tapper. Das ist weg! Scherl! Aus! Scheiße! Der Schmuck! Der Strom ist weg! Lass das Notstromaggregat an! Lohnt! Gute Arbeit, Sam. Und jetzt zu meinem Auto. Es steht vor dem Tor, etwas abseits. Doch so kommst du nicht weit. Was hast du mir nicht gesagt? Es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setzt sie vier ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Naja, das ist es auch. Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch nicht weiter. Denk mal drüber nach, ob du mir nicht noch was verschwiegen hast. Schau raus! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Wer ihn sieht, ruf die anderen. Wenn es sein muss, drehe ich hier jeden Stein um. Munition checken. Kannst du dich nicht ewig... Ich kann den Grund für die Störung nicht finden. Haltet die Augen offen, falls noch mal was passiert. Glockerlein. Wir werden bluten wie jeder andere. Nee, ich muss den ganzen beschissenen Flugplatz absuchen. Komm raus! Ich drehe hier, wenn es nötig ist, jeden beschissenen Stein um. Er kann sich nicht ewig verstecken. Gib auf! Ich weiß, dass du hier bist. Vorsicht! Vielleicht schleicht er sich an uns... Komm raus, du Feigling! Ich drehe hier, wenn es nötig ist, jeden beschissenen Stein um. Du kommst jetzt besser raus, sonst werde ich sauer! Oh mein Gott! Wer das auch immer war, ich finde ihn. Das schwöre ich. Ich habe keine Zeit für Spielchen! Komm raus! Wo ist er hin? Der Kerl ist wie ein Geist. Ach, wenn du wegschreifst... Du könntest dich verstecken, hast du dich getäuscht! Der Flugplatz ist zu klein dafür! Dafür wird jemand umgelegt, das schwöre ich. Wenn ich ihn finde, ist er tot. Ich wei... Oh Scheiße! Keine Sorge, Kumpel. Ich finde denjenigen, der das umgelegt hat. Falls dir das entgangen sein sollte, das hier ist nicht länger... Ich weiß, dass du hier bist! Komm raus! Das ist Privatgelände! Das schwöre ich, Kumpel. Raus mit dir! Ich weiß, dass du hier bist! Sei nicht feige! Komm endlich raus! Sei bloß vorsichtig! Komm! Wenn du dich noch länger versteckst, werde ich richtig sauer! Wer ihn sieht, ruft die anderen! Kannst dich nicht ewig verstecken! Wenn es sein muss, drehe ich hier jeden Stein um! Munition checken! Wenn ich dich kriege, dreh dich dir in den Arsch! Nee, ich muss den ganzen beschissenen Flugplatz absuchen! Komm raus! Ich hab...